Hier rein und wir gehen wieder hier lang. Und jetzt können wir aber wenigstens gut kämpfen. Ja. So, machen wir den jetzt nicht. Ah, und ich renne wieder voll in ihn rein. Ich weiß genau, dass du da stehst, du Sack. Und ich renne jedes Mal in dich rein. Was machst du? Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, jetzt hättest du das Menü geöffnet. Ich hatte mich schon gewundert. So, warte mal. Ich töte die da. Komm ich an die Wand? Nee. Warte, ich mach da mit. Ja, ich nehm du den Bogen, genau. Ach, der Bogen sag ich schon. Woran? Zack. Ich treff zwar kein bisschen, aber egal. Ah, jetzt hab ich getroffen. So macht man diesen Würf mal am einfachsten fertig. Ja. Auf der Ferne. Einer ist tot. Lili hat ein Level erreicht. Okay, jetzt nur noch einer. Dann kriegen wir auch noch. Jo. Du, du, orange-haariges Ding. Wolf, Bestie ist tot. Noch nicht ganz. Jetzt. Das war, glaube ich, die Information von ihm gerade. Ja. So, ich nehm hier mein Schwert. Die Klanze wieder. So. 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 Am besten wir machen jede Tür einmal komplett und jedes Mal töten wir auch die hier. Vorsicht, nicht zu nah. Hm? Sind sie nicht dumm. Jo. Jo. Hab ich auch nicht behauptet. Sie sind nur schlecht. Weil wir werden da unten sterben. Zack. Tot. Oder auch noch nicht ganz. Ah, der ist schon tot. Yeah, geht doch. Können wir direkt durch die rechte Tür, würde ich sagen. Ja, hoffentlich sind da keine Stühle. Und? Es sind Stühle. Nein, ah. In der Mitte, okay. Ja, es wäre auch intelligenter gewesen, rechts zu machen. Ich hab's auch gerade mir gedacht. Egal. Nein, du greifst mich nicht an. Ja, und er greift den anderen Stuhl an. Dummes Ding. KI. KI. Künstliche Intelligenz. Und aber hab ich sie noch vor kurzem gelobt und gesagt, sie ist intelligenter als mein Mitstreiter. Ja, von wegen hier. Nichts intelligenter als ich. Stimmt. Doch, ich. Naja. Oh, das heilt sich, das Ding. Warum können wir das nicht so einfach? Das ist aber richtig cool. Boah, schon einer erledigt? Yo. Komm schon, ich will ein Level steigen. Bogenrat ist tot. Auf in die linke Tür. Zu unseren Zubats. Spüren wieder Pokémon? Yo. Secret of Pokémon. Oh, ne Truhe. Meine, meine, meine. Ich hab zuerst gesehen. Ich hab die zuerst gesehen. Haha. Oder auch nicht. Hallo? Und? Wir kriegen? Gar nichts. Doch, 20 GM. Ja, das ist meine Piste gewesen. Und ein Bombung zu viel. Verdammt. Hättest du es vorher benutzen müssen. Und ist da ein Vieh? Ja, sogar zwei. Verdammt. Wir laufen beide rein. Wir sind so intelligent. Und ich werd gepuschelt. Äh, gezappelt. 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 Lauf. Gut. Und verderben. Jeden Feind. Und wir gehen wieder in die rechte Truhe. 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 In die rechte Truhe. Vorsicht. Er ist ihnen hier. Greif an. Oder sie. Ja, gut. Es ist ein S. Es ist ein Gegenstand. Okay, wir machen S jetzt fertig. Los. Geht tot. Geht doch. Ach, wir sind so gut. Jo. Zappelhocker. Jesus. So, und wieder runter hier. Oh, fuck. Wenn wir gleich genug Geld haben, können wir uns noch ein Lebenswasser kaufen. Ja, das ist gut. Ah, gezappelt. Oh, verdammt. Und ich lauf auch noch ein. Ah, ich benutze mal ein Bonbon. Ja, ähm, geht grad nur. Doch, geht. Doch, das kann man. Und der nächste, der gezappelt wurde. Jo, wir sind alle gezappelt. Yay. Mann, wir sind stolz auf uns. Nein. Hier tut uns nix. Genau. Oh, Lilly ist level 8. Juhu. Verdammt, ich lauf in die Falle rein. Da bin ich dumm. Da töd ich dich, so. So, linke Tür. Gleich haben wir genug Geld, dann können wir auch wieder was kaufen. Das ist sehr gut. Kaufen ist immer gut. Oh. Jo. So. So. Okay. Und wieder raus hier. Und, sind da die wieder? Ja. Höllenspione. Ja. Ja. So. Das tut sich sehr gut. Schnell angreifen, bevor es uns angreift. So. Dann würde ich mal sagen, wir gehen am besten jetzt nochmal zum Kater und kaufen nochmal ein bisschen. Jep. Besonders Lebenswasser. Ja. Weil wir davon ja gar nichts haben. So. Und wir müssen darauf achten, jetzt kommt noch so ein Vieh. Haha, genau. Und alle werden getroffen einmal. Ich muss mir gleich noch einen Bomber, glaube ich, holen. Ah, nehmen. Oder? Nee, das schaffe ich. So. Okay, sind die auch noch fertig machen, oder? Ähm, warte, warte, warte. Wenn wir schon einkaufen, dann kaufen wir jetzt gleich richtig ein. Ach, nein. Das wollte eigentlich nicht mir geben. Das sollte eigentlich dir zukommen. Ich. Sleep. Ich mach's nochmal selbst. Ach, was sein die. Die brauchen wir nicht. Komm. Okay. Ich bin überzeugt. Am besten, wir speikern dann nochmal. Jep. Ey, häng nicht fest. Und dann los. Raffi, ja, die Hexe hat bla, hat was mit dir gemacht. Ich weiß. Aber erstmal kaufen wir, würde ich sagen. Boah, 880 Gold. Boah, wir haben aber richtig reingehauen hier. Ja. Wir müssen sogar zwei Lebenswasser holen. So, und dann haben wir schon mal drei Lebenswasser, die uns sehr nützlich sein können. Zwei, oder? Vier Lebenswasser haben wir. Vier? Ja, pass auf, zeig ich dir. Glaube ich zumindest. So, warte, wir speichern. Nein, ich will jetzt speichern. Auf Wiedersehen. Los, komm, lass mich speichern. Ja, jetzt kannst du speichern. Speichern. Ja. So, gucken wir mal, was haben wir? Drei. Drei. Wow. Ach stimmt, wir haben ja noch einen gehabt, weil wir müssen ja neu starten. Mhm. So, dann lass uns jetzt mal unbeschadet da hinkommen. Was machst du? Ich hab schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Scheiße. Ja, so geht das. Boom. Und rutsch. So, jetzt noch diese fertig machen. Ach, verdammt. Und daneben. Nicht schlimm, ich hab getroffen. Das geht auch nicht. So. Nein. Du wirst uns nicht nochmal packen. So doof sind wir nicht. So. Zumindest nicht mehr. So, dann mal weiter. In die Mitte. In die Mitte, genau. Komm dann auf diese... Keine Stühle. Aber da kommt so ein Zappelding. Ja, oh, gut, dass du das sagst. Genau in dem Moment, wo ich reinrenne. Besser spät als nie. So sieht's aus. Oh nein. Und weg hier. Oder doch nicht weg mit dir. So. Doch weg mit dir. Lust, tot. Tot. Hm, du hast irgendwie kein Level ab bis jetzt. Irgendwie nicht. Oh, die Tour. Kiste. Huhu, komm. Honig. Honig können wir immer gebrauchen. Honig? Kuratoren. Ich bin vergiftet. Das war's dann womit, unbeschadet. Ja gut, wir haben ja die hier, ne? Jo, genau. Wofür gibt's die sonst? Ha, genau so sieht's aus. Jetzt haben wir auch noch drei Lebenswasser, das heißt wir haben eine Chance. Drei. Wir haben drei Lebenswasser. Und die Musik findet sich wieder. Los, gleich fahren. Habt ihr gerade zwei gesagt? Hä? Habt ihr gerade zwei gesagt? Ja, du hattest gerade zwei gesagt. Ich meinte aber drei. Ich meinte aber drei. Yeah, komm los, Schmusekater. Diesmal machen wir dich fertig. Genau, diesmal sind wir nicht so dumm und haben viele Items. Ich habe aber nicht so viele dumme Tanzen. Warum rennst du eigentlich vor? Weil ich der Held bin, was erwartest du? Warum können wir mich einfach durch das Tor fliegen? Au, da kommt er auch schon. Wo ist er? Oh nein, er ist da oben. Komm ich nicht ran, oder? Er macht Feuerhauf auf. Dich. Na super. Nein, ich kann kein Itermann setzen. Was machst du? Ach so, ich kann die jetzt wieder lenken. Ich würde mir eigentlich jetzt einen Heilkräuter geben. Mach das. Oh, da war noch ein Flammenrad. Oh nein, verdammt. Warte mal. Super, zu spät. Scheiße. Ja, warte mal ganz kurz. Wir müssen hier einen kurzen Cut machen. Ja, okay. So, warte mal kurz. Und jetzt... kind mir ist das... ... Okay. Vielen Dank.